Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield und wie immer leckt es am Anfang so ziemlich krasser, aber danach kriegen sich die Frames auch wieder ein, hoffe ich zumindest. Heute spielen wir mal mit dem Sturmsoldat und zwar mit der STG 77 auf, die so so was von Geil ist, die schon fast an OP grenzt. Also mit ganz leichter so, also man muss halt den Nemesis Schaft drauf machen, damit man so richtig krass reißen kann und einen richtig ganz score reißen kann. Also Nemesis rauf und dann noch gleich die Viper Max, damit der Schaden nicht so krass runtergesenkt wird. Oh mein Gott. Ist klar. Scheiße, das wollte ich ja bisher nicht machen, weil der da so krass hochziehen. Warum bin ich verreckt da an meinem Deadman's Trigger? Ja, dann passt das. Steck doch rein, du Vogel. Lalalala. Achja, übrigens, ähm, wenn ich öfters mal aufdrücke, denke ich, dass das ist aussteigen oder so, weil ich die ganze Zeit mit Georgia GTA gespielt habe. wenn man es zusammenspielt und davon wird wahrscheinlich auch nichts wegkommen schlüpfe ich mir Sto ist hier beim Stummsoldaten kennen keine Verbände keine Spritzen Adrenalin spritzen ganz schnell zu bei Medica habe ich so viele so viele Verband Verbandagen Verbandagen shit naja noch eine Folge Prozent Prozent so jetzt direkt man zu die Europäische ihn habe ich übrigens mit Stumm Soldaten und Slapper nicht gespielt weil das die linke Seite halt rechte Seite halt viel besser im Sturm Soldaten finde ich C4 keine Ahnung braucht man halt nicht so krass dringend wie Satellite 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 Scan ist wirklich das wichtigste und dieser verdammte Bastard direkt zu Anfang ey es regt immer auf so ein Satellite Scan ist das wichtigste was man haben kann das quasi legales Cheating irgendwie weil man kann ja die anderen sehen aber na das auch für eine begrenzte Zeit aber wenn man das Volk gilt dann kann man die glaub ich hier 10 Sekunden sehen ich weiß nicht so genau und die 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 Zeit wo es wieder nachlädt wieder frisch wird keine Ahnung dort nicht mehr zu lange hier wie sie sehen ich werde es gern warum alle weiter einer bewegt sich zu weh einer mit einem nicht den APC oh nein nicht dein Ernst oh mein Gott der will er nicht erkennen wo halt wie krass ruhig ich bin weil ich mich jetzt auf diesen Spocken da konzentriere ich bin bei dir abgezogen das gibt es doch gar nicht warum mache ich so nicht schon weiter ist der tipp jetzt tot oder was ich würde sagen wie das nehmen sie können passen ich bin zuerst gern raus und dann sehen wir schon jetzt mehr Prozent wenn es der Weg ist Ja, versuch du ruhig. Nein, Clemo. Nein. Nein, noch eine Clemo. Alter. Boah. Geil. Geil, geil, geil. Schnapp ich mir mal. Weißt du, diese fucking Tanks, ne? Diese verdammten Tanks. Ach, du kannst mich mal. Ah, Mann, ey. Ah, nein. Warum die? Es macht doch keinen Spaß. Aber, Alter, manche checken das Spiel irgendwie nicht. Man kann auch ein bisschen tolerant sein. Ja, die sind ganz viele. Your face. Ja, was? Oh, mein Gott. Ist klar, Junge. Ist klar. Nicht, dass ich ihm tollen Schüsse reingehauen hätte. Nein. Stimmt nicht. Der verdammte Loob hat mein Lucky Shop geschafft. Der bastard Alter. Das geht's doch gar nicht. Ich habe mich alle mal, alter von, wo kommen denn die ganzen Spackkos. gleich kommt von sich gerade einer runter gesprungen müssen wir auch mal unsere hässliche flagge verteidigen spaß gekommen ja ja ist klar du kannst mich ja von wo kann das nicht nein alter was fucking frame einbrücher älter heute so geschehen kd ohne schiff die verdammten noobs und schiff und schießt die kehrer aus legt mich auch um ihn weiter warum weiter du kannst du ich kriege mal wieder mal so krasse wenn man brüche dass man bild sich gar nicht bewegt danach hat das ist doch richtig behindert älter und ich schieße schon wieder ich bin ohne schädlich wieder bettet ich glaube so ein paar filmen werde ich das es geht ja nicht guck mal wie die da rum lenken und bangen halt ich 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 ja aber man hat sie hatte ja bezogen von wo auch immer oh my god you what oh my god alter ich habe das praktisch an der glücklichen schädchen schon wieder die nase moment herrn ist ja diese neuen kids wieder draußen das mit den 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 also bei medik ist es L 86 Kitt ist ihr halt die L 86 drinnen ist das geteilt Schalke Baskar Rasch geht man muss mit dass beim Sniper noch das JNG Kitt also für Sniper das Baskar Rasch Kitt mit der JNG rauskommen wird aber gucken und bei dem war es noch ach ja beim Sturmsoldaten die ACWR im Kitt also wir haben auch schön die Prübe anlocken lalala ja ich werde mir das auch kaufen das ist mir scheißegal aber warum rum das ist jetzt so und bettet das hier einfach mal die ganzen okay Waffen hat und keine Waffe ist mehr schlecht also alle Waffen sind gut zum Beispiel zum Beispiel die die 3 4 dies gar nicht mal so schlecht die sind ziemlich gut und ich hasse diese Map warum spiele ich endlich schüttchen weil er hat sie mir für mich sehr 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 lange nicht mehr gespielt das ist so gut kommen was er jetzt im Haus ganz viele also bei einem sniper ich selber kann man mal sehr leicht verarschen das wird sich da hat sich so viele spritzen genommen dieser kleine verdammte wohnen so weil er es nicht leiden kann zu sterben was das ist natürlich trotzdem wo ich mich mit schweißen bettäckige betrunken das hochladen tja jetzt kann ich nicht hinkommen der sieht uns nicht man ist das denn ernst junge das gibt es doch gar nicht diese fucking frame einbrüche und spiele ich eigentlich die runde und ist scheiße warum warum sind die alle so flangen weil die sonst keine punkte machen können von hier oben kommt zwei weil ich schock ist eigentlich sowas von geld ja vielleicht können wir doch was reißen und schreien ach du kannst mich mal du mit einer fucking mp5 weiter kleiner spacken das gute ist die spawns liegen nicht so krass weit entfernt ja du kannst mich schon du kleiner verdammter bastard alter wie kann ich den übersehen leck mich am arsch warum leck die scheiße man boah junge ob gar nichts im hintergrund ja man Komm schon, krieg dich eine verdammte Missgeburt. Oh mein Gott. Oh Mann. Was ist das für verkackte Legs? Alter, das hatte ich noch nie. Was ist das für verkackte Legs? Na, sind alle bei A. Oh, meine KD, alter. Ohne Spaß, wenn ich jetzt wieder aufhören würde aufzunehmen, hätte ich wieder krass gelingt FPS. könnte so gut die kids reißen hier haben sie kämpfen mit dem apc ärgern mit schissen und sie schon wir sind jetzt lebt schon wieder versuchten für und Nein, er hat uns gesehen. Scheiße. Keiner Bastard. Wollt ihr? Loll. Geile Kadir. Wo sind die Feinde? Ja, Hilfe bei Kill sicherlich. Werner verdammten Muskelburt. Alter, dein Ernst. Wer läuft, wird sie können keinen Scheiß anrichten. PP2000 ist auch richtig gut, wenn man sie erzählt. Das ist ein Ficktes Boot. Es waren ja alle bei A, oder? Ja, jetzt leck. Direkt wiederum wie so eine Missgeburt. Kleine Trance. Okay, der ist tot. Geil. Oh nein, jetzt habe ich wieder Frame-Anbrüche. Nein. Nein. Sind die C genommen. So im Nachhinein, wenn ich diese Map-Wiederspiele, finde ich sie eigentlich gar nicht so scheiße. Ist eigentlich... Oh. Geht in Ordnung, aber mit dem Frame-Anbrüchen. Oh Mann. Weißt du, das stimmt. Leck mich. Nein. Nein. Oh Mann, ey. Wie hat der mich so schnell gekriegt? Das stimmt, du bist ein kleiner Buster, Alter. Ja. Oh Mann, du fucking Camper. da wirklich noch aus ist denn drecksversteckt kennen nutte mann warum es so krasse für meine schöne das hatte ich noch nie die krasse prämen es ist ja verdammt kostet kommt schon wieder angeschissen um nun lebt es schon wieder so krass das doch behindert ja niederlage leck mich um da so eine scheiß runde ich weiß nicht ob ich nur battlefield mache seht ihr die scheiße ich kann nicht mal schreiben mann ja geh genau gebot na Wir sehen uns beim nächsten Video, ich weiß nicht, ob es wieder ein Battlefield-Video sein wird, also wenn ich nicht wieder so krasse Frame-Anbrüche habe, wird es wahrscheinlich wieder ein Battlefield-Video, so mit dem Sniper. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.